So, ich bin, ich bin wieder da, ich weiß nicht warum, Streamlabs dachte sich, ich stürze jetzt einfach ab, was ihr gerade nicht mitbekommen habt, oh. So, ich stürze es ab, stürze es ab, stürze es ab. Stürze es ab, stürze es ab. Man sieht mich, ja. Noch, seid ihr noch da oder? Ich mach kurz einfach so. Labor, yes. Ok passt. Dann, let's go, Labor. Now, start a test. Wir wollen zuerst ne Mine platzieren. Das ist nämlich die erste Quest und jetzt sollen wir einen Test starten. Dafür kriegen wir eins und dafür kriegen wir jetzt eins. Jumper. Ah, ok. Doch, ich hab's angenommen. Vielen Dank. Also, ich hab's euch neu verletzen. Ich glaube ich hätte Disclaimer geben sollen Das Game ist blutig Das Game ist blutig Aber es ist ein geiles Game Und strategisch 3 Mines in a row Waffen Upgrade Spikes Das will ich Ich will die Spikes rum platzieren Nice Nice Und jetzt Nice wo war es hier ja das macht einiges an damage beinahe aber ich kann eins upgraden was macht das hier explodes when ran out of energy das ist nicht scheiße minds on the wall klingt das nicht irgendwie wie so ein wie so ein wie heißt das wie so ein song minds on the wall wie so ein Ne, warte mal. Stehlen. Ja. Hier hinputzen. Wenigstens habe ich die 500 Damage. Crossbow. Warte, ziehen wir den noch da hin. Haha. Brutal. Das Game macht Bock. Für 5 Euro lohnt sich das. So. Ich glaube ich kann den damit transportieren. Das Game macht den Schluck baut. Das, wir haben den Schluck baut. Ja. Ich habe die zwei Schluck. Ich habe die zwei Schluck. Ich habe die zwei Schluck baut. und in die zwei Schluck die schreif temperatura. gelチ STAND! Es war das two, ich habe das kleine Schluck. 15 Sekunden lang Saw Damage, dann mache ich das einfach mal, brauche ich so eine kleine Hülle aussehen. Nice, travel 20 meters on Sawz, jawoll, warte bist wie, ah das würde sogar gehen, manchmal so, ne hier nicht war das, nice, passt, zwei ganze Dinger, Teleporter, Shotgun, Minigun, was, Teleporter, die will ich direkt aus, ah lol, irgendwann erkenne ich das, kann man das nicht für immer machen? Hi, scared, allows you to place crossbar on ceiling and floor, 50% mehr, no, 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 das behalte ich mal ein Spiel Warte mal, kann ich die sägen, was, was, was gibt es? Ah, passt, nehme ich. Jetzt habe ich glaube ich sogar genug Geld. Ah, sorry, I mean, it's a German channel, so don't mind me speaking, German, you can still hang out, I will still talk in German, but if you have any questions, I will, I can answer them. Kann ich die drehen? Eigentlich so. Ah, Ah, Make the dummy fly for 50 seconds using Miniguns. Ah, 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Komm, hoffen wir mal, es klappt Ja, das hält ihn Oh Yes Got it So Ich werde jetzt die Shotgun erhören Warum? Ich mag Shotguns Ich werde jetzt das mal mit den Spikes machen Ich glaube, das müsste jetzt eigentlich ziemlich easy sein So Dann So Untertitelung des ZDF, 2020 Wow Ja Wie können wir da in Platz sehen? Es ist einfach so, dass ich Wasser trinke. Dass ich Wasser trinke. Wasser. Oh. Okay, das ist ja. Okay, nice. Pick the dummy fly. Okay. Ah, nee. Ich muss... Dann muss ich halt den Minigun Damage machen. Okay. Oh. Okay. 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 Wir haben ein paar Sachen, Simon. Und dir ist sicherlich klar, dass ich dir nicht irgendwie was rückerstatten kann. Nee, ich kenne halt viel zu viele Leute, die sowas sagen würden und so. Deswegen. Ich bin doch blöd, ich hab den blöden ich hab den Teleporter, jetzt benutze ich den nicht. Okay. Please stop messing around with the text. It's really annoying. Buddy. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, Quartal. Oh, sein Bein ist ab. Nice, was habe ich jetzt? Block. Ah. Place a weapon on a block. Alright. Block. Weapon. Und, habe ich jetzt eine Axt? Ne, habe ich nicht. Das ist, glaube ich, die Axt. Sieht aber für mich aus wie eine Klinge. Hätte Dummy with Maces. Mace. Ja, das kriege ich als nächstes. Ich brauche ne, ich brauche das. Ich glaube, ich kann den Block jetzt sehr, ah, gut. Jetzt sehr gut, 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 gut. Benutzen. Super gut. Oh. Nevermind. Ich glaube, das würde auch so gehen. So. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Keine Chance, ich muss das einfach ein bisschen erweitern, die Dings. Habt ihr Ideen, wie ich's machen soll? Warte mal, ich kann Crossbows noch platzieren, die haben nämlich ne viel größere Range. Nice. Nice, nice, nice. Jetzt hab ich den Mace. Also das ist ja einfach. Einfach so übereinander. Übereinander. Apfel. Also use free Mace, das muss ich dann machen. Es ist nicht einfach. Ach. So, die hinzupacken. Der weg. Hm, scheint nicht so. Hm. Warte mal, ich will mal kurz was versuchen. Oh, das Game fängt an zu laggen. Das Game fängt an zu laggen. Jetzt muss ich gleich wieder die Dings benutzen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay Nur zur Info, das wird heute ein ganz ganz kurzer Stream Ich habe nämlich nicht mehr so viel Zeit Ich werde jetzt wahrscheinlich in einer halben Stunde dann direkt wieder aufhören Überlegen, ob ich morgen noch ein bisschen streamen werde Ich habe jetzt noch ein bisschen mehr so viel Zeit Ich habe jetzt schon mal ein bisschen mehr so viel Zeit Untertitelung des ZDF, 2020 Oh! Ich werde gleich das changen Oh Gott! Oh Gott! Raum speichern Ich bin voll witzig, ich weiß Boah, bin ich witzig Okay Beim Start kann man nämlich die Einstellungen umändern Es war mir aber klar, dass es passiert, dass es so laggen würde Ich mach fast Gerade war es gut und es gibt simple und es gibt fast und es gibt fastest Ich mach einfach nur fast Das hatten wir schon Ist Streamlabs nicht wieder abgestört? Warte immer noch mal, ich vermisse dich Ne, okay, halleluja Na, boah Na, boah Boah Ich bin halt knapp davor gewesen Vor allem ziehe Ich bin halt knapp davor Ich bin fast Schiff Ich bin fast Ich bin fast Ich bin fast Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Come on, come on Nice Aber warte mal, ich will kurz mal die ganzen Dinge falsch platziert Brauche eine linke Okay, hier habe ich jetzt die Axt So gut Ich wollte jetzt das Dinkstürchen mal anlassen Das Achte Ist Okay, habe es aufgerüstet Ein Eichhörnchen Was hat das mit Weihnachten zu tun? Niemand, mein Weihnachtskalender Hier hast du ein Eichhörnchen Warum? Weil du es einfach hast Naja, aber wenigstens habe ich jetzt das Monster noch bekommen dazu Amas Ich bin der Settbewerb. Bis zum nächsten Mal. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Okay, die Kreisleger resettet das, das ist blöd. Okay, die Kreisleger resettet das, das ist blöd. Jetzt kann ich glaube ich genug platzieren. Okay, die Kreisleger resettet das, das ist blöd. Okay, die Kreisleger resettet das, das ist blöd. Okay, die Kreisleger resettet das, das ist blöd. Was ist das für ein Bullshit? Wenn man die Decke trifft, ist der auch raus, what the fuck? Okay. 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 Was, ob du willst mich doch verarschen. Das soll failen, aber ich probiere es trotzdem. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, come on, das muss jetzt funktionieren. Come on, bitte, das muss funktionieren. Okay, das ist viel zu viel. Eine Shotgun würde ich so entfernen. Bitte. 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 Bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020 Ok Obwohl, das steht da, aber nur mit Miniguns Sollen wir Ah Oh 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 So knapp So knapp Bald Bald hab ich's Bald hab ich's Oh 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 Schraube Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Yes! Endlich! Oh mein Gott 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 Oh mein Gott